Willkommen zu diesem Video. Ich wurde oft gefragt, wie sieht es denn aus? Ich habe jetzt 200 Gramm Kohlenhydrate gegessen und trotzdem zeigt irgendwie mein Keto-Stick oder mein Atemalkoholgerät noch irgendwelche Ketonkörper an. Wie kann das sein, so ein, zwei Tage später? Das werden wir heute mal uns anschauen. Also Ketonwerte hoch trotz Carbs. Und wie man damit so ein bisschen arbeiten kann und kontrollieren kann, ob man noch in der Ketose ist oder nicht. Grundsätzlich beschäftigen wir uns erstmal nur mit zwei Ketonkörpern hier, 3-Hydroxybudarat. Das bedeutet einfach, das sind die Blutketone, die man nur durch Blut nachweisen kann. Das ist für die meisten nicht so einfach machbar, weil die Geräte und die Streifen da auch sehr teuer sind. Das kostet dann zwei Euro. Aber das sind die Ketonkörper, die hauptsächlich unseren Körper dann versorgen, unser Gehirn anstelle von Kohlenhydraten etc. Und das Aceton ist das, was man dann in der Lunge messen kann beziehungsweise im Urin messen kann. Und das ist gewissermaßen ein Abfallstoff vom Körper. Also das sind die Ketone, die er dann rausgibt. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wo das Ganze genutzt werden kann. Aber ein Teil geht eben auch ins Klo oder wird durch die Lunge abgeatmet. Jetzt ist es so, dass wenn wir Sport machen, dass wir dann eine hohe Fettverbrennung haben. Und es dann auch sein kann, dass ihr so ein paar Stunden später, nach so einer sportlichen Belastung, auch gerade wenn es locker ist, dass wir dann sehr hohe Werte nachweisen können von diesen Acetonen. Das liegt zum einen natürlich auch daran, dass durch die Fettverbrennung und durch die Energie, die bereitgestellt werden muss, dann sehr viele Ketonkörper mit anfallen zusätzlich. Und dass das sich natürlich später dann auch im Urin oder in der Atemluft bemerkbar macht. Weil wenn ihr jetzt natürlich direkt aufhört mit dem Sport, habt ihr trotzdem noch die Fettverbrennung am Laufen. Es werden trotzdem noch Ketonkörper produziert. Ihr habt natürlich auch durch das Laufen oder durch den Sport eure Kohlenhydratspeicher, gerade in der Leber, reduziert. Selbst Menschen, die sehr viele Kohlenhydrate essen und dann im Marathon laufen, die sind natürlich im Ziel völlig leer, was die Kohlenhydratspeicher betrifft. Und die haben selbst dann eben auch Ketonkörper nachweisbar. Weil irgendwie muss das Gehirn und einige andere Organe natürlich versorgt werden. Und wenn der Körper dann durch den Sport die ganzen Kohlenhydrate verliert, muss er die irgendwie anders herstellen oder beziehungsweise Ersatz. Und dann bildet er auch Ketonkörper. Das heißt, die meisten, die Marathon laufen, haben tatsächlich dann auch später hier im Pinkelstreifen oder so Ketone nachweisbar. Heißt also, dass das Ganze auch mit ein bisschen Verzögerung auftritt, weil der Körper dann die Ketone natürlich in der sportlichen Tätigkeit selber auch nutzt. Das heißt, wenn ihr dann direkt nach Hause kommt und messen würdet, würde eigentlich recht wenig angezeigt. Aber ein paar Stunden später, dann kommt das Ganze so ein bisschen nach. Wenn ihr natürlich direkt wieder Kohlenhydrate esst, kann es sein, dass der Wert auch niedriger ist. Wie ist das jetzt, wenn wir dann Kohlenhydrate essen? Nehmen wir an, wir essen jetzt Zucker. Und der Zucker ist ja dann wieder, beziehungsweise die Kohlenhydrate sind dann wieder der Hauptenergielieferant für das Gehirn. Das heißt, die Blutketone, die wir vorher hatten für das Gehirn, die werden jetzt gar nicht mehr gebraucht. Die Leber bekommt das eben mit, da kommt Zucker, ich produziere keine Ketonkörper mehr. Da gibt es dann eben so ein Feedback. Das bedeutet aber, dass die Ketone, die bis jetzt so produziert worden sind oder die Leber natürlich immer noch ein bisschen nacharbeitet, dass das dann einfach in Aceton umgewandelt wird und dann durch die Luft oder eben durch den Urin wieder ausgeschieden wird. Man braucht ja auch nichts mehr recyceln oder wiederverwerten oder sonst was. Die Fettverbrennung ist auch runtergefahren. Deshalb ist jetzt alles, was an Ketonkörpern da ist, weil der Zucker dann eben da ist, geht einfach raus ins Klo. Das heißt, man sieht natürlich, dass die Werte sinken von Blutketonen, aber das Aceton, das braucht ein bisschen länger und deshalb ist das dann auch noch nachweisbar, selbst wenn ihr Zucker gegessen habt. Also das Ganze dauert dann auch ungefähr so, ich sag mal, ein, zwei Tage kann es tatsächlich sein, wenn ihr wieder umstellt oder mehr Kohlenhydrate esst, kann es sein, dass ihr so ein, zwei Tage immer noch im Urin sogar mehr Ketonen nachweisbar habt als vorher. Das ist dann eher so ein Anzeichen, dass der Körper jetzt alles rauslässt und den Abfallstoff gar nicht mehr braucht und dann merkt ihr eigentlich schon, wenn die Werte auf einmal dann wieder höher werden, nach einer Kohlenhydratgabe oder so, dass der Körper dann ja so ein bisschen aus der Ketose eben auch rausfliegt. Ich hab das mal hier so in der Grafik gezeigt. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir, wenn wir mit einer Ketose anfangen, das Ganze über ein, zwei, drei, vier Tage, dann leert sich der Glykogenspeicher und dann kommen auch die Ketonkörper nach oben, auch Aceton. Das heißt, ihr habt meistens in den ersten Tagen, wenn ihr in Ketose seid, so die ersten ein, zwei Wochen auch, habt ihr sehr hohe Werte, dann habt ihr da alles lila und tolle Werte auf euren Pustegerät und so weiter und so fort. Das fällt aber mit der Zeit ab. Warum? Weil der Körper natürlich keine Abfallstoffe produziert, sondern dann einfach nur die Ketone auch nutzt und dementsprechend ist es so, umso länger ihr in Ketose seid, umso weniger habt ihr dann auch über die Atemluft oder den Urin eben ausgeschieden und nachweisbar. Das bedeutet, dann geht's runter. Wenn ihr jetzt auf einmal dann wieder Carbs esst, dann ist es natürlich so, dass der Körper dann umstellt und dann habt ihr meistens so ein paar Stunden oder ein, zwei Tage später wieder einen hohen Berg und das fällt natürlich dann auch wieder ab und dann seid ihr eben auch komplett wieder raus. Das heißt, ihr habt dann irgendwann nur noch wenig nachweisbar, das ist dann in Ordnung, dann wisst ihr eigentlich, okay, ich bin voll in Ketose. Wenn ihr dann irgendwann merkt, okay, das ist jetzt ein, zwei Tage wieder höher, ich habe Kohlenhydrate gegessen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Körper gerade wieder so ein bisschen umstellt. Das Ganze ist natürlich auch abhängig davon, wie viel Kohlenhydrate esst ihr, über welchen Zeitraum. Macht ihr jetzt eine komplette Woche irgendwie die ganze Zeit wieder Kohlenhydrate hoch, dann fliegt ihr definitiv ja komplett raus. Wenn ihr jetzt nur einmal Kohlenhydrate esst, dann wird da nicht viel passieren, weil ihr auch so eine physiologische Insulinresistenz habt. Das heißt, die Leber, die ist die ganze Zeit im Fettverbrennungsmodus, jetzt kommen ein paar Kohlenhydrate an. Damit kann sie jetzt erstmal nicht viel anfangen, weil der Körper ja umgestellt ist. Wenn ihr das aber öfters am Tag macht oder über zwei Tage, dann stellt die Leber das auch wieder um. Also ihr habt auch keine Insulinresistenz oder so, das ist auch Quatsch. Also das hängt natürlich auch von den Faktoren ab. Das bedeutet, selbst wenn ihr einmal irgendwie 200 Gramm Kohlenhydrate auf einmal essen würdet, würde das nicht automatisch bedeuten, dass ihr aus der Ketose rausfliegt. Ihr müsst dann eben so ein bisschen gucken, wie entwickelt sich dann mit den Werten. Ich hoffe, ihr habt das verstanden und wenn ihr euch sonst noch über Ketose oder ketogene Ernährung interessierend informieren wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Auf meiner Homepage gibt es das Buch dazu, den Keto Quickstart. Findet ihr alles unten drunter. Ansonsten auch gerne Ernährungspläne oder sonstiges zur ketogenen Ernährung. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen mit einem Daumen nach oben. Kommentiert auch gerne mal drunter für die anderen. Wie sieht es aus mit euren Werten? Habt ihr das gleiche schon beobachtet oder sind die Werte dann bei euch anders? Habt ihr vielleicht irgendwelche Daten? Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es bei mir ebenfalls genauso verläuft. Also bis dann, euer Daniel.